Musik Musik Ja. Applaus Dankeschön, guten Abend heute vor unserer sehr urbanen Skyline von Tex Rubinovitz. Wir leben in sehr bewegten Zeiten. Die Osterweiterung steht vor der Tür. Die bange Frage, werden unsere illegalen polnischen Butzfrauen jetzt mehr verlangen? Oder wer wird der neue Sündenbock sein für die Unzulänglichkeiten von Innenminister Ernst Strasser? Und während wir uns diese Fragen bewegen, vergessen wir unsere Nachbarn im Süden. Die Osterweiterung ist beschlossene Sache. Wird es eines Tages auch zur Süderweiterung kommen? Oder anders gefragt, soll Kärnten einmal zu Österreich gehören? Es fanden ja dieser Tage dort freie Wahlen statt. Ja, also, ja. Ein Volk noch unerfahren. In den Umgangsformen einer Demokratie regiert von rivalisierenden Stammesfürsten. Und der Oberstammesfürst hat seine Position behaupten können, was überraschend scheint am ersten Blick. Wenn man sich aber die anderen Kandidaten ansieht, eigentlich eine Selbstverständlichkeit. Immerhin, es kam zu keinen Ausschreitungen vor den Wahllokalen. Internationale Beobachter reden von einem sehr reibungslosen Wahlhergang. Wir wollen mit unserer heutigen Sendung ein Zeichen setzen. Wir wollen unsere Hände reichen weit über die Packgrenze in den Süden, ins unsere Geiltal. Mit unserer multinationalen, völkerverbindenden Band, der kärntnerisch-österreichischen Freundschaft, Köff. Na, wunderschön. Da kommt schon südländisches Flair auf, meine Damen und Herren. Auch vermischt ein bisschen mit unserem schlechten Gewissen. Angesichts unserer Wohlstandsfixiertheit und unserem Wissen, unter welch elenden Bedingungen die kärntner Bevölkerung zur Wahl gehen musste. Ja, ja, so ist es leider. Aber, Dr. Pahl, Sie haben ja auch kärntner Vorfahren, einen Onkel aus Radentein, den Sie jetzt wieder besuchen dürfen, wahrscheinlich im Zeichen des Tauwetters. Ja, ich wurde mit einer längeren Einreisesperre belegt, weil ich ihm damals österreichische Zeitungen mitgebracht habe. Ja, das ist auch in anderen Ländern zu Recht strafbar. Aber, wie musste Ihr Onkel dafür büßen? Schrecklich. Er wurde verurteilt, sich den politischen Arsch am Mittwoch nüchtern, also unbetäubt anzusehen. Etwas, was vor ihm noch nie jemand gemacht hat. Oh, beinharte Sitten im Süden. Und durch diese Öffnung für Europa wird Kärnten ja auch touristisch interessant. Und der Fremdenverkehr kann ja in Entwicklungsländern enormes bewirken. Man denke da an Kuba. Und Kärnten hat da einige Hoffnungsträger mit enormen Entwicklungspotenzialen. Salve, grüß euch, ich bin's wieder, der Gaius. Ich stehe da mitten am Wörthersee, dem absoluten Hotspot von Carincia. Bei schönem Wetter sieht man rüber bis Felden, aber heute ist es nicht so, dass es ein bisschen Dings. Hinten bei mir das berühmte Schloss am Wörthersee, wo sich der Roy Black umbracht hat, wahrscheinlich wegen dieser Fernsehserie. Und dort hinten ist der Monte Carlo-Platz, wo die Reichen und Schönen von Carincia ihre ausgelassenen Festeln feiern. Ja, und am Wörthersee steht die berühmte Seebühne, eine Art Amphitheater, absolutes kulturelles Highlight, wo der jeweilige Stammesfürst Spektakel veranstaltet, um sich selbst zu ehren und darzustellen. Hallo, seid ihr alle da? Ich bin's, der Karschmann. Und das Kuckuck. Ich bin's. Und weit über die Kärnter Landesgrenze hinaus berühmt, als Ausdruck der Lebensfreude, ist das große Abschlussfeuerwerk. Ja, das war's wieder von meiner Seite aus. Wahle, der Gaius war's. Übrigens, was sagt's zu meinen Sandalen heute? Also, ich weiß es nicht. Ich will mich nicht sehen. Ja, Bilder des Elends vom Wörthersee, letzten Sonntag Nachrichten des Elends aus Kärnten. Und wir wollen ein Zeichen setzen, wie gesagt, wir wollen helfen mit einem Charity Quiz für die Kärnten Hilfe. Und wir haben dafür einen Experten eingeladen, der prädestiniert ist dafür wie kein anderer. Er ist Quiz-Experte, Exilkärntner, eine starke Stimme gegen das Nord-Süd-Gefälle. Begrüßen Sie mit mir Armin Assinger. Das ist mit Mannes. 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 Genannt Assinger. Grüße, Herr Dorfer. Ja. Wollen wir mal schauen, ob Sie bei mir Platz nehmen dürfen. Auswahlaufgabe. Ordnen Sie bitte folgende Ereignisse zum Ablauf dieser Show. A. Mit dem Gast hinsetzen. B. Mit dem Gast plaudern. C. Schlussaktion. D. Kameras abschalten und nach Hause gehen. Puh, 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 Puh. Ha, der Gatte. Das ist aber nicht leicht. Sagen wir mal, was ist nachher ein Test. Wollen Sie jetzt also Schlussaktion? Wird vielleicht nicht gleich das erste sein. Obwohl, was weiß man. Nein, nur, dass ich das jetzt richtig verstehe. Es gibt vier Möglichkeiten. A, B, C, D. Das ist richtig. Armin Assinger. Applaus Sie waren der Schnellste und dürfen nun bei mir Platz nehmen. Super. So, und jetzt kommt eine Kamera ausschalten und nach Hause gehen. Nein, zuerst mit dem Gast plaudern. Aha. Und wer ist das? Das sind Sie. Super, das ist eh mein Spezialgebiet. Alles klar. Ja, super. Sie sind ja einer der Kärntner, die im Ausland hier ihre Kärntnerwurzeln niemals verleugnen. Hat man dann nicht oft mit Vorurteilen zu tun? Ja, manchmal ist es nicht leicht, gell. Die Leute schauen einen ein bisschen schief an, aber oft genügt dann ein einziger Satz. Zum Beispiel? Ich habe ihn nicht gewählt. Alles klar. Applaus Wir durften ja ihre Kärntnerwurzeln erstmals filmisch dokumentieren. Und zwar mit einer kleinen Home-Story im Elternhaus von Armin Assinger. Ja, da bin ich aufgewachsen. Das war mein Kinderzimmer. Und da habe ich geschlafen. A. Im Bett. B. Auf der Matratzen. C. Auf dem Strohsack. Oder D. Am nöckerten Fußboden. Ja, und das war mein Lieblingsspielzeug. A. Ein Plastikschwert. B. Ein Plastikschwert, das leuchtet. C. Ein Plastikschwert, das leuchtet und Geräusche macht. Oder D. Ein Plastikschwert, das ich bei der Mama unter dem Bett gefunden habe. Und ich bin die Mutter von Armin. Und von mir hat er immer gekriegt. A. Ein Kopfnuss. B. Ein Unreiberl. C. Ein Chitterpuff. Oder D. Ein hundsordinäre Wachsch. Ja, da habe ich da niemandem Papa, den ich von Schocker verlangt habe. Aber der hat mir meistens auch nicht helfen können. Apropos, wo ist er denn? Papa, Fernsehen ist da. Ja, das ist mein Papa. A. Der Assingerbauer. B. Der Brieftrager. C. Der Gaskassier. B. Oder D. Der Professor vom Klunkverter Krankenhaus mit der künstlichen Befruchtung. Ja, bei der Frage bin ich dann auch immer ausgestiegen. Ja, Armin Assinger bereit für die erste Frage. 100 Euro für die Kärntenhilfe. Gehen wir es an, ja. Ja, worin ist Armin Assinger seinem deutschen Konkurrenten Günther Jauch überlegen? A. Er kann besser Skifahren. B. Er kann mehr Karsnudeln essen. C. Er kann während der Sendung mehr lernen. Oder D. Er kann wirklich viel besser Skifahren. Ja, da würde ich sagen, das ist Antwort A bis D. Und die ist richtig. Zweite Frage. Wollen Sie es weiter machen? Freilich. Okay. Zweite Frage. Wie heißt das neue Motivationsseminar von Armin Assinger? A. Das Leben ist ein Abfahrtslauf. B. Manchmal ist das Leben auch ein Riesentorlauf. C. Eigentlich ist das Leben ein wegen Nebel abgebrochener Damen-Europakaps-Lalom in Hinterstoder. Oder D. Das Leben ist, wie es ist. Und Armin Assinger könnte auch das Telefonbuch vorlesen und die Leute würden ihn trotzdem lieben. B. Ja, also bislang war das A. Das Leben ist ein Abfahrtslauf. Aber ich glaube, in Zukunft wäre ich mich für D. entscheiden, weil das trifft den Kern der Sache. Weil das besser. Und das ist richtig. 200 Euro. Übrigens, Herr Dörfer, weil Sie es vorhin angesprochen haben, ich habe Ihnen da was mitgebracht. Ein kleines Mitbringsel. Das ist ein Anstecker. Aha, ist das der Red Ribbon der E-Zhilfe nur ein bisschen ausgebleicht? Nein, das ist die White-Cheese-Nudel der Kärnten-Hilfe. Trockt man da am Revier. Ganz einfach. Stecken Sie ihn noch rauf. Jetzt ist nämlich der Herr Dörfer dran. Der Herr Dörfer aus Wien ist jetzt dran. Herr Dörfer, Ihr Spezialgebiet ist Kärnten. Ja. Habe ich gehört? Gehen wir es an? Prima. Erste Frage an den Herrn Dörfer. Kommt aus dem Gebiet Literatur. Ja. Das kennen Sie Literatur. Das ist mit den Bircheln zum Bladeln und so. Ich brauche es nicht, aber es ist okay. Herr Dörfer, Kärntner Literatur, Konzentration, die Frage. Wie heißt die Autobiografie, die demnächst erscheinen soll, des berühmten Kärntners Herbert Haupt? A. Unter'n Rot B. Wunschloses Unglück C. Doch mit den Clowns kamen die Tränen Oder D. Nur Pferden gibt man den Gnadenschuss Das ist eine typische Fangfrage. Alle vier Titel ergeben einen erkennbaren Sinn, können daher nicht von Herbert Haupt sein. Daher ist die richtige Antwort E. Richtig! Sieh schon, der Herr Dörfer lässt sich nicht aufs Klottes führen. Bei einer blödsinnigen Autobiografie von Herbert Haupt, der hat ja gar kein Auto mehr, der hat ja alle zusammengehauen. So, Herr Dörfer, wir machen weiter. Es geht um die 5000 Euro Frage. Sind's locker? Ja. Geht drauf? Alles passt? Ja. Prima. Okay, 5000 Euro Frage, volle Konzentration. Weiter ins Spezialthema Kärnten. Herr Dörfer, hier kommt Ihre 5000 Euro Frage. Ja. Mit welchem Spruch hat der amtierende Kärntner Landeshauptmann bei der Landtagswahl für sich geworben? A. Einen besseren kriegen wir nicht mehr. B. Einen lustigen schon gar nicht. C. Einen schönerer war er schon fast nicht mehr zum Ausholten. Oder D. Einen gescheiterer sollte er eigentlich kein Problem sein. Ja, die Antwort ist A. Sind Sie noch da ganz sicherer Dörfer? Ja, A. Wieso glauben Sie das? Ich habe mal gelesen, Kärntner hat so eine hohe Selbstmordrate. Und einen besseren kriegen wir nicht mehr als für alle Wählerinnen und Wähler, die ihr baldiges Ableben erwarten können, das Richtige, glaube ich. Der Herr Dörfer sagt, es ist A. Und richtig ist A. Ja. Ja, super, Herr Dörfer. Machen Sie weiter. Ja. Sie treuen Ihnen weiter. Ja. Sind gut drauf. Prima, Herr Dörfer, Sie sind aus Wien, habe ich gehört. Ja. Ja, was sind Sie vom Beruf? Ich bin so ein Jobhopper. Momentan mache ich den Kasperl im ORF. Ja, super, machen wir ungefähr das Gleiche. Ja, genau. Prima. Herr Dörfer, bleiben Sie locker, bleiben Sie entspannt. Es kommt die 10.000-Euro-Frage. Gar nicht leicht, sage ich Ihnen gleich dazu. Mit welchem Spruch wirbt die Kärntenwerbung für Kärnten? A. Kärnten ist ein Wahnsinn. B. Kärnten ist ein Irrsinn. C. Kärnten ist komplett hinüber. Oder die Kärnten muss wohl eingegrennt sein. Das weiß ich leider nicht. Da möchte ich meinen Telefonjoker rufen, bitte. Schockerle, prima. Machen wir das Schockerle. Wer ist Ihr Telefonschocker? Dr. Pahl aus Wien. Der Dr. Pahl aus Wien, den haben wir jetzt hoffentlich schon in der Leitung. Herr Dr. Pahl, hier ist die Melonen schon, der Armin Assinger. Grüß dich. Hallo, schönen Abend. Herr Dr. Pahl, der Herr Dorf aus Wien hat ein Problem. Ja, und zwar, was ist der Spruch der Kärntner Tourismuswerbung? Kärnten ist ein Wahnsinn, Kärnten ist ein Irrsinn, Kärnten ist komplett hinüber oder Kärnten muss wo eine Grenze sein? Ja, also hinüber und einigrennt würde ich einmal ausschließen, weil das ja eine Bewegung und Beweglichkeit voraussetzt, die dort einfach nicht gegeben ist. Irrsinn ist auch nicht wirklich wahrscheinlich, weil der Irrtum beruht auf einer Annahme und eine Annahme braucht ein Konzept und auch das würde ich also hier nicht sehen. Wahnsinn klingt am logischsten, weil der Wahnsinn lässt sich herstellen, ohne dass man mit jemandem in Kontakt treten muss und ohne dass man sich dafür mehr denken muss als einfach gar nichts. Also mein Tipp ist A. Also ich nehme A. Sie nehmen A, Herr Dorfer? Ja. Sind Sie noch sicher? Ja. Der Herr Pahl wird von mir bezahlt und wann die Antwort falsch ist, soll das die Versicherung. Ja gut, und das sollst du dann riskieren, der Herr Dorfer sagt A und die richtige Lösung ist A. Ja. Ja, Herr Dorfer, ich muss Ihnen aufrichtig gratulieren, Sie sind wirklich ein echter Kärnten-Experte, super vorbereitet. Ja. Aber da haben Sie mir sehr geholfen, Sie haben ja so ein filmisches Dokument über Kärnten gedreht, extra für diese Sendung und da waren auch für mich einige Überraschungen dabei. Ja, ich befinde mich hier an der grünen Grenze zwischen Österreich und Kärnten. Der erste Ort auf der österreichischen Seite heißt Obdach, weil hier vielen Kärnten-Flüchtlingen Obdach gewährt wurde. Auf der Kärntner Seite drüben liegen die Ortschaften Bleiburg und Bleiberg. Aus diesem Grunde hieß diese Grenze früher auch der Bleierne Vorhang. Ja, durch dieses Erdloch bin ich damals aus Kärnten rübergekommen. Das ist das Ende von einem Tunnel, den ich in Hermagorzer-Groben angefangen habe. Auf die alten Weise sind damals viele Flüchtlinge rübergekommen, aber heute ist das alles ein bisschen anders. Kärnten entwickelt sich langsam Richtung europäischem Standard. Natürlich, was Kaufkraft und Wohlstand anbelangt, ist man noch nicht auf österreichischem Niveau, aber es herrscht keine erdrückende Armut, sondern eine fröhliche. Not macht erfinderisch. Der Mangel an Sportstätten und die hohe Arbeitslosigkeit führt dazu, dass Kärntner Straßenkinder einfach am Strand ein Netz ausspannen und sich damit ihren eigenen Spielplatz machen. Kinder wachsen in Kärnten bescheiden, aber glücklich auf. Das liegt auch an der sehr liebevollen Betreuung durch die ältere Generation und einem natürlichen Umgang mit neuen Spielarten der Sexualität. Auch die extreme Militarisierung der Bevölkerung wurde gelockert. Es gibt zwar noch die gefürchteten Frauenbataillone, aber dafür wurden sämtliche noch existierende Massenvernichtungswaffen an ausländische Interessenten verkauft. Darüber hinaus besinnt sich Kärnten seiner Einzigartigkeiten. Das sind zum Beispiel die prähistorischen Fossilienfunde oder die vor allem in taktischen Disziplinen überzeugenden Fair-Play-Sportler. Alte Klischees wie Italienes vom Süden als Heimat der Mafia und ähnlicher Familienglanz werden nur mehr selten von der Realität bestätigt. Der Europa-Gedanke sollte eines Tages also auch diese Grenze hier überwinden und deshalb sage ich Ja zur Süderweiterung. Ha, 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 Slowenia! Nein, nix Slowenia, Sie sind da in Österreich. Na, leck, fit, ne, falsche Richtung, oder sei, du? Armin Assinger, wir überspringen gleich einige Fragen, kommen gleich zur Millionen-Euro-Frage für die Kärntenhilfe. Wollen Sie weitermachen? Ja, freilich, brauchen wir dringend, ist gut. Die Frage lautet, wer wird Kärntner Landeshauptmann? A. Peter Ambrosi B. Jörg Haider C. Elisabeth Scheucher oder D. Der Typ von den Grünen, den Sie keiner gemerkt haben? Leckfettender Hund. Die Frage ist ein Hundianer. Also sagen wir von Ergebnis her, ein Kind hat sie jetzt der Haider werden, allerdings braucht er andere, die ihn wollen. Jetzt haben die Schwarzen gesagt, sie wollen ihn nicht. Jetzt werden die Roten nicht so deppert sein, dass sie es machen. Obwohl das die dort eigentlich eher dafür sprechen, dass sie es machen. Wobei, wenn die Roten mit den Schwarzen zusammen, dann wollen sie vielleicht auch den Ambrosi. Oder vielleicht machen sie es so wie beim Zernato, dass sie dann erst recht den Schwarzen föhnen. Justament, dann wird es sogar noch die Scheucher. Nein, das ist wirklich ein Hund. Wurscht, ich nehme, entscheide mich, ich nehme den Grünen. Interessant. Warum dieses? Ja, der Grüne, der war ja die absolut irrationalste Lösung und genauso funktioniert Politik in Kärnten. Sie bleiben bei D. Ich bleibe beim D, ja. Okay, die Frage, wer wird Kärntner Landeshauptmann? A. Peter Ambrosi B. Jörg Haider C. Elisabeth Scheucher D. Der Typ von den Grünen, den Sie keiner gemerkt hat? Die richtige Antwort ist E. Die Wurscht. Ha, der Gatti, das hätte ich ja gewusst. Freilich, ist ja nur Kärnten, ist ja klar, ist Wurscht. Ja, schade, Armin Assinger, leider alles verspielt. Wir kommen zu unserer kleinen Schlussaktion. Ja, meine Damen und Herren, es ist leider nicht nach Wunsch gelaufen. Null Euro für die Kärntenhilfe, aber immerhin ein Scheck. Ja, ich würde sagen, besser als gar nichts. Außerdem ist er genauso wert wie der Kinderschick vom Heider. Vielleicht wird der Betrag auch von der Bundesregierung verdoppelt. Aber es gibt einen kleinen Trostpreis. Ein Projekt vom Verfassungsgerichtshof von Schlange forciert. Heute wird es Wirklichkeit. Nämlich zweisprachige Ortstafeln für Kärntner. Und wir dürfen heute die ersten Exemplare enthüllen. Das Erste ist Klagenfurt. Klogi Furt. Sehr schön. Das Zweite ist Deutschlandsberg. Biefge Mugerle. Das Dritte ist Baden bei Wien. Schwimmen bei der Wappler. Ich würde sagen, das ist eine super Sache jetzt. Nach dem letzten Sonntag wird sicher ein neuer Flüchtlingsstrom wieder aufgekommen. Und die werden froh sein, wenn sie sich dann im Fremdenland ein bisschen auskennen. So gesehen, vielen Dank. Super Geschichte. Das heißt, die Kärter verstehen uns jetzt besser. Umgekehrt wird es wahrscheinlich noch Jahre dauern. Schöne Grüße hinunter nach Kärnten. Wir wissen, wie das ist, wenn man zur Wahl gehen muss und sich nur verfehlen kann. Schönen Abend und auf Wiedersehen. Schönen Abend und auf Wiedersehen. Schönen Abend und auf Wiedersehen. Schönen Abend und auf Wiedersehen.